Garantiert für den Solo-Victory-Cash-Cup-Call mit dieser Strategie. In diesem Video werde ich dir Schritt für Schritt erklären, wie du den Solo-Victory-Cash-Cup zu spielen hast. Damit du dich eben jede Woche für das Finale qualifizieren kannst. Da sich mittlerweile ja Top 11.500 Spieler qualifizieren, ist es relativ einfach geworden, sich für das Finale zu qualifizieren. Trotzdem haben sehr, sehr viele Leute dabei Probleme. Und um diese Probleme zu lösen, dient dieses Video hier. Ich selber bin schon seit mittlerweile drei Jahren Profi-Fortnite-Spieler und habe so, so viel Erfahrung gesammelt. Und qualifiziere mich eigentlich für jeden Cash-Cup und hole auch fast immer Earnings. Deswegen stelle ich dir hier meine Strategie vor, wie man eigentlich gar nicht choken kann, sich zu qualifizieren. Wenn du diese Videos ja feierst, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Oder teile das Video mit deinen Freunden, wenn diese auch Probleme haben beim Solo-Cash-Cup. Und wir fangen direkt an. Also ich werde jetzt hier in dem Video kein Gameplay zeigen von irgendeinem Pro, der einfach eine 30-gebomb-jobbt und sich in einem Gang qualifiziert. Weil das Ganze wird gar keinen Sinn machen. Es ist vielmehr so eine Art der Klärung, wie du eben spielen musst, damit du dich qualifizieren kannst. Auch als eben nicht so guter Spieler. Ich werde euch nachher auf jeden Fall Tipps dafür geben, worauf ihr achten müsst in dem Game. Und auch, was jetzt das perfekte Loadout ist, was ihr jede Runde carryen solltet. Erstmal, wie viele Punkte man zur Qualifizierung braucht. Letzte Woche waren es jetzt ungefähr 70. Also bei Top 10.000 sind jetzt 71 Punkte. Man kann nicht weiter runterscrollen. In Woche 1 waren es aber 73 Punkte. Deswegen werde ich jetzt blicken für die kommenden Wochen. Man wird ungefähr 73 bis 75 Punkte brauchen, um dich zu qualifizieren. Alles über 75 Punkte sollten relativ safe sein. Ab 80 Punkten ist man zu 100% called. So, und jetzt schauen wir uns mal das Punktesystem an. Das Ganze spielt nämlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle für meine Strategie. Ihr könnt erkennen, der epische Sieg insgesamt gibt 30 Punkte. Dabei gibt es ab Top 75 bereits einen Placementpunkt. Und ab Top 10 gibt es für jede weitere Platzierung schon Punkte. Im Vergleich dazu, jede Eliminierung nur einen Punkt. Das heißt, es war quasi ein Verhältnis von 30 zu 1. 30 Platzierungspunkte, die man kriegen kann. Und einen Punkt pro Kill. Und da kommen wir schon mit meiner Strategie. Ihr müsst nämlich auf Endgame spielen. Bevor ihr jetzt abstrahlt, wenn ihr denkt, okay, auf Endgame spielen, das kann ja jeder sagen. Ich erkläre dir jetzt, wie du es machen musst. Das Ganze klingt sehr banal, aber ihr müsst mir echt zuhören. Ihr seht ja, der Cup dauert 2 Stunden. Wir machen das Ganze jetzt hier sehr anschaulich. Ein Endgame, wenn ein Edge bis zum Endgame kommt, mit Cue-Zeit. Rächtet man ungefähr 25 Minuten im Comparative-Bereich. Das heißt, ihr habt 2 Stunden Zeit. Und jedes Endgame ist 25 Minuten. Erste Sache, sehr, sehr wichtig. Ihr dürft nicht late starten. Das heißt, quasi hier bei 0-0, sagen wir das jetzt, das Anfang vom Solo-Cash-Up. Ihr geht direkt ins erste Game rein. Und erste Runde geht nicht für Kills. Vertraut mir. Auch wenn ihr denkt, ihr seid gute Fighter, geht nicht für Kills. Erste Runde bis 25. Zweite Runde, 50. Dritte Runde. Ich erinnere jetzt mal die Farbe, weil dann geht es ja quasi in die zweite Stunde vom Turnier rein. 10 bis hier. Zu diesem Zeitpunkt habt ihr jetzt schon 3 Endgames gespielt in der Theorie. Vierte Runde habt ihr hier. Und fünfte Runde wird hier enden. 5 Minuten nach Cue Ende. Und das Ganze wäre perfekt. Weil erstens in der letzten Runde seid ihr eine W-Key-Runde. Ihr müsst wissen, die W-Key-Runde findet immer zwischen 25 und 20 Minuten vor Schluss des Turnieres statt. Das gilt sowohl für den Duo-Cash-Cup als auch für den Solo-Cash-Cup. Das heißt, wenn ihr in die letzte Runde reingehen könnt, zu dieser Zeit, ist das perfekt. Weil ihr dann eben Free-Place und Punkte absahnen könnt. Ihr dürft eben nur nicht Osborn sterben. Das Wichtigste bei der Strategie ist echt, dass ihr im Solo-Cash-Cup nicht Osborn stirbt. Und vor allem Dinge nicht im Mid-Game. Ihr müsst euch so vorstellen. Je nach Osborn-Tod und Mid-Game-Tod, verschiebt sich das letzte Game etwas nach hinten. Wenn jetzt Osborn stirbt, sagen wir. Ihr queut im letzten Game nur noch 15 bis 20 Minuten vorher rein. Wenn ihr jetzt hier jetzt irgendwo rein queut, 15 bis 20 Minuten vor Schluss. Es wird immer noch Ansekt werden. Aber es ist nicht mehr so eine krass W-K-Runde. Angenommen, ihr stirbt jetzt im Mid-Game oder ihr stirbt sogar zweimal Osborn. Das heißt, euer letzte Game wahrscheinlich schon irgendwo in den letzten 10 Minuten. Und vertraut mir, wenn ihr dann noch nicht qualit seid und ihr queut so in den letzten 10 Minuten. Ihr spielt quasi FNCS. Das ist echt der Albtraum. Ihr dürft nicht in diese Lobbys geraten. Sehr, sehr wichtig. Da machen viele Leute einen großen Fehler. Weil ihr habt sie wahrscheinlich selber schon mal gespielt. Aber angenommen, ihr habt jetzt so 60 Punkte. Ihr geht in die letzte Runde rein. Und ihr queut so 5 Minuten vorher. Ihr habt nur Leute, die so 10 Punkte brauchen, um mich zu qualifizieren. So wie ihr selber. Das heißt, niemand wird fighten. Jeder wird für Endgames spielen. Es gibt wahrscheinlich sogar Storm Search. Das Problem ist nur, die Leute in der Lobby sind auch komplett dumm. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer, sich dort zu qualifizieren. Deswegen wollt ihr meine Strategie eben verfolgen. Und eben in die W-K-Runde kommen. So, das heißt, im Idealfall spielt ihr 4 Endgames. Plus die W-K-Runde. Insgesamt also 5 Games. Und vertraut mir, wenn ihr 5 Games spielt. Ihr werdet euch zu 99% qualifizieren. Wenn ihr jetzt denkt, ich rede komplett in Schwachsinn. Schaut einfach mal bei auch letzten Solo-Victory-Cash-Cup. Wie viele Runden habt ihr gespielt? Ich wette mit euch. Die meisten von euch werden dort 7 von 7 stehen haben. Und nicht 5 von 7. Also schreibt da nicht in den Kommentaren, dass meine Strategie scheiße wäre. Sondern hört mir erstmal zu. Ihr habt jetzt 5 Games. Ich will die Runde auf Endgame. Wichtig, dass man nicht ausbauen stirbt. Darauf werde ich auch gleich nochmal eingehen. Und die sind 5 Endgames. Ihr braucht, wir sagen mal, 75 Punkte. Dann solltet ihr relativ sicher qualifiziert sein. Das heißt, ihr braucht pro Endgame nur 15 Punkte. Gehen wir jetzt wieder ins Punkte-Format rein. 15 Punkte. Wie sieht das Ganze aus? Top 8 ohne Kills. Top 10 mit 2 Kills. Das heißt, ihr müsst 5 mal Top 10 mit 2 Kills machen. Und wenn ihr jetzt sogar eine Runde besser playst. Irgendwann, ihr gewinnt die erste Runde. Auch wenn ihr jetzt die erste Runde mit 0 Kills gewinnt. Heißt das, ihr könnt schon theoretisch in einer Runde 0 Punkte holen. Wenn ihr jetzt in einer Runde mal Top 7 kommt, statt Top 10. Könnt ihr in der theoretischen Runde danach wieder nur Top 20 kommen. Weil das würde ich euch ungefähr wieder ausgleichen. Wichtig ist eben nur, dass ihr mit genügend Loot ins Endgame kommt. Weil dann ist eigentlich Top 10 relativ einfach zu kriegen. Und ihr werdet eben auch die Runden haben, wo ihr mal Top 3 kommt. Wo ihr Top 5 kommt. Wo ihr vielleicht sogar eine Runde gewinnt. Das heißt, ihr könnt auch quasi Runden wieder choken. Wo ihr nur so Top 20 oder Top 30 kommt. Okay, also das Ganze solltet ihr jetzt gecheckt haben. Ihr merkt schon. Es ist eigentlich richtig, richtig doll einfach sich zu qualifizieren. Wenn ihr jetzt die ganze Rechnung hier verstanden habt. Dann realisiert ihr hoffentlich. Es ist wirklich nicht so schwer. Es ist kein Hexenwerk. Ihr müsst nur ins Endgame kommen. Und eben nicht aus von sterben. Und dann, wie ihr es nicht aus von stört. Braucht ihr auf jeden Fall einen guten Dropspot. Was solltet ihr dabei beachten bei eurem Dropspot? Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr mit eurem Dropspot vertraut seid. Das heißt, ihr müsst den Spot sehr, sehr gut kennen. Bei Freunde. Ich würde euch jetzt keinen Dropspot verraten, wo ihr landen müsst. Bei. Vertraut mir. Ja, wie viele TikToks ihr hört. Es gibt keinen Dropspot, der nie contested sein wird. Ihr dürft nicht mit den Gedanken in den Cup reingehen. Ich will irgendwo landen, wo ich nie contested sein werde. Ihr müsst mit den Gedanken in den Cup reingehen. Ich will dort landen, wo ich, falls ich contested bin, immer Osborne gewinnen werde. Das heißt, dieser Spot kann für jeden anders aussehen. Ich zum Beispiel weiß, wenn ich in der Welt, wenn ich in Piazza lande. Ich werde niemals Osborne sterben. Einfach, weil ich in diesem Spot schon seit drei Monaten lande. Die besten Drops habe. Mich komplett gut auskenne. Und deswegen eigentlich jeden dort hole. Für euch kann es vielleicht aber auch Fencing Field sein. Oder meinetwegen auch dieses komische Haus hier unten im See. Wo natürlich weniger Leute landen werden. Aber vertraut mir, sehr oft, vor allem in Low-Elo, sind größere Städte, wie Underworld, Flash-Level-Slayer, weniger contested, als so kleine Spots. Wie irgendwie dieses Haus hier. Oder wie irgendwie Mr. Savage-Spot. Einfach, weil viele Leute, die denken vielleicht genauso wie du. Die denken so, okay, ich will auf jeden Fall nicht Osborne sterben. Ich will einfach Endgame-Steuer mich qualifizieren. Das heißt, landen auch irgendwo, wo jetzt vielleicht nicht so viele Kisten sind. Irgendwie, keine Ahnung, hier so ein Split-Drop. Die denken so, ah, okay, zwölf Kisten, das reicht mir. Ich will einfach Endgame. Aber am Ende landen da dann viel mehr Leute. Als zum Beispiel bei Underworld. Einfach, weil Underworld niemand landet. Weil jeder denkt, dass da jeder landet. Weil da jetzt zum Beispiel 40 Kisten sind. Deswegen, Freunde, eine Strategie, die ich auch schon oft selber verändert habe. Landen einfach bei so großen Städten. Angenommen, landen jetzt Underworld. Tatsächlich kann ich euch den Spot sogar empfehlen. Hier sind so viele Kisten. Ihr könnt irgendwo landen. Ihr holt euch ein paar Kisten. Und dann, ihr habt ja eh die Dashes. Das heißt, ihr könnt einfach wegdashen. Ich denke so, es werden im Durchschnitt ein bis zwei Leute mitkommen. Das heißt, ihr landet einfach dort, wo die nicht landen. Und sagen wir jetzt mal, ihr habt vielleicht nicht das Main-Gebäude von Underworld. Und auch nicht den Bot. Weil ich sage einfach mal, ihr seht einfach, die fliegen beide für Main an. Oder ihr landet einfach hier. Habt eine God-Chest. Habt hier neun normale Kisten. Noch eine God-Chest. Ihr dasht weg. Könnt hier die Kiste holen. Hier die Kiste holen. Hier die Kiste holen. Hier die Kiste holen. Hier die God-Chest holen. Habt den besten Loot der Welt. Und die Chance, dass ihr stirbt, ist eigentlich unmöglich. Ihr könnt einfach wegdashen, sobald Gegner euch pushen. Das heißt, ihr überlebt auch so eigentlich zu 100%. Im Mid-Game ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall Cap Metall holt. Und Cap Wood und Brick sowieso. Wenn ihr jetzt euren Dropspot ausgesucht habt. Schaut einfach, wo ihr im Mid-Game Metall farmen könnt. Zum Beispiel, bei mir ist zum Beispiel Land Underworld. In Underworld selber gibt es nicht so viel Metall. Aber zum Beispiel hier die Gas-Station. Weil ich lasse im Hinterkopf. Bei der Gas-Station gibt es Metall. Oder zum Beispiel in Rebels-Woods. Gibt es auch so Zäune, die geben Metall. Wenn Zonen jetzt zum Beispiel nach Norden pullt. Ihr könnt immer dahin gehen und euch dort Metall farmen. Oder zum Beispiel Yacht. Wenn Zonen nach Süden pullt. Ihr geht vielleicht zur Yacht und holt dort euer Metall. Okay, Freunde, dann kommen wir jetzt noch schnell zum Loadout. Am besten kennt ihr diese SMG hier. Die SMG ist, wie ich finde, zum Fighten einfach die beste SMG. Dann als Pumpgun kann ich euch sehr, sehr tolle Diesel-Pumpgun hier empfehlen. Aktuell ist das somit die beste Pumpgun. Dann ihr braucht auf jeden Fall einen Fizz zum Motieren. Big Pots und die Bananen. Wenn ihr es noch nicht wusstet. Die Flügel sind jetzt nicht mehr in Comparative drin. Das heißt, zum Motieren braucht ihr auf jeden Fall den Fizz. Und eben die Bananen. Die Bananen sind jetzt ganz neu. Und man kann bis zu vier Bananen auf jeden Fall nehmen. Und also bei der Bananen ist es so. Ihr kriegt über Zeit insgesamt 100 Wildlife. Das heißt, ihr used die Banane. Ihr kriegt mit der Zeit immer etwas Wildlife. Ihr seht ja schon dieses Grüne hier auf meinem Skin. Und wenn ihr sprintet, könnt ihr eben höher springen. Ihr seid schneller. Und ihr kriegt auch keinen Fallschaden. Das macht die Bananen sehr, sehr stark zum Motieren. Okay, Freunde, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ihr die Waffen am besten upgradet. Angenommen, ihr kommt mal zu einem Bunker. Auf die SMG. Das beste Scope. 1,3-fache Scope. Dann, ich feiere sehr krass das Trommelmagazin. Dann, ihr macht Laser. Sehr, sehr wichtig. Und das letzte ist eigentlich egal. Auf der Hammerpump kann jetzt. Auf der Hammerpump kann jetzt schnelleres Nachladen. Auch wieder Laser. Der Rest ist eigentlich relativ egal. Auf der neuen Pumpgun wollt ihr auf jeden Fall das Trommelmagazin machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann eben auch noch Laser. Und auf dieser AR jetzt, falls ihr die mal spielt, auch Trommelmagazin und Laser. Weil das sind eigentlich so die beiden Standardsachen, die ihr fast immer haben solltet. Genau, Freunde. Wenn man schaut hier auf jeden Fall an. Spielt einfach 5 Endgames. Vertraut mir, Freunde. Wenn ihr 5 Endgames spielt. Keine Runde in Osborn stirbt. Und auch echt 5 mal in der Movieson seid. Und am Ende vom Cup nur 5 von 7 Matches gespielt habt. Ihr werdet euch eigentlich zu 100% qualifizieren. Solange ihr jetzt nicht eure Oma vor den PC setzt. Und mich würde es freuen, wenn du nach dem Solo-Victory-Cash habt. Noch mal zu diesem Video hier zurückkommst. Und dann einen Kommentar schreibst, ob du dich jetzt qualifizieren konntest. Ich freue mich schon auf die ganzen Leute, die dich jetzt gleich qualifizieren. Weil sie eben dieses Video gesehen haben. Und hab noch einen schönen Tag, Freunde. Auf rein. Double Peace.